Nach der Ballalarme, Ballalarme, er hat den Schlagaufmitte, nach Schlagaufmitte, Vormann rechts, Vormann rechts, umsetzen rechts ins Schuss und Streit. Okay? Also, noch mal Vormann, Ballalarme, Ballalarme, erst, schlag, umsetzen, schweiz. Okay? Zumindest, 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 das ist recht, links, rechts und rechts, umsetzen, auf Augen link. Das ist mir egal, wie ihr das macht. ULL-Pensier eine Schlagung, umsetzen. Okay? Gut. Drei Pässe, jetzt, weil sie das einfach wegletzten, sie sind nicht weg. So. Dann, drei Pässe, zwei, jetzt, drauf, und los. !",, zwei, kurz, zwei. Kurzweil. 1, 2, 3, so. Gute Bewegung. Gute Bewegung. Aber in der Klappe hat man das lange betäuscht. Das habe ich mir nicht nach dem Motto. Lauf. 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 Bernie. Gute Bewegung. Die Schlagungsknochen legen davon, dass ihr Gegenspieler auch abkaut, wenn sie das Tor werden muss. Sobald das Boden belegen wird, da können wir auch ganz normale Teile gegen die Anträge. Dann zieht ihr das zu, auch wenn ihr vielleicht zu beidesst und dann habt ihr zu festwerfen können. Und hier vorne, hier vorne mit dem Weg in den blauen Ort geschlagen und mit dem reingehen. Und diesen Schwung von der Armbewegung auch mitnehmen, um dann gegen die Hand durchzubrechen. Okay? Das ist den Schwung, den ihr hier habt in der Schlagwort-Täuschung, hinten hinnehmt und gegen die Hand durchbrechen. Okay? Probieren. Glaube, was er jetzt in den Schlagwort-Täuschung geht. Ja? Auf geht's. Eins. Zwei. Und Schlagwort. Schlagwort-Täuschung. Nein! Es ist groß-Täuschung. Keine Hand-Täuschung. Keine Hand-Täuschung. Ne? Besser. Was? Ja?